Diese Zusammenfassung wird Ihnen gesponsert von Kraft Ingenieurbüro. Kraft Ingenieurbüro, Ihr Partner für Gutachten jeglicher Art. Der letzte Spieltag steht an. Türkelserbach 2 trifft auf Tussniedersbach 2. Für beide Mannschaften ist nichts mehr drin. Türkelserbach hat die Relegation gesichert und Niederjozbach will einfach nur noch ein paar Punkte sammeln. Der erste Angriff gehört den Gästen. Ibu Cifci hier mit einem langen Ball. Musa Kalfolu verlängert. Florin verwertet den Ball im Netz, doch es ist abseits und es bleibt beim 0 zu 0. Dann eine Standardsituation für Türke. Ferra Celik bringt die Ecke rein. Der Kopfball von Gökhan Sar geht dann leider aber nur knapp über das Tor. Die Diedersbach haben auch angefangen Fußball zu spielen. Der Freistoß kommt rein. Der Schuss ist super. Unser Torwart Burak mit einer überragenden Parade erhält die 0 für seine Mannschaft. Dann kommt Türke wieder über die linke Seite. Wieder ist es Ferra Celik. Der Ball in die Schnittstelle. Toller Pass. Florin steht vor dem Tor. Doch der Abschluss ist einfach viel zu zentral. Landet nicht im Tor. Der zweite Schuss kommt dann vom Musa und der Torwart hat am Ende den Ball. Es dauert bis zur 34. Spielminute, bis der erste Treffer kommt. Ferra setzt sich hier überragend durch. Dann der Klassiker. Ferra schiebt den Ball in die Mitte und Gökhan Sar steht dort. Verwertet den Ball im Netz. Türke Zabach 2 geht hier in der 34. Spielminute mit 0 zu 1 in Führung. Beim letzten Spiel gegen Fischbach haben wir dieses Tor zweimal gesehen. Heute auch. Es ist ein Ferra Celik Gökhan Sar Klassiker geworden mittlerweile. Drei Minuten später. Ferra probiert es hier mit einem Schuss. Der Ball knallt an die Hand des Gegners. Und es gibt Strafstoß. Musa Kalfolo darf antreten. Und macht den Ball ganz locker rein. Türke Zabach führt mit 0 zu 2. Zu einem Elfmeter kann man nicht viel sagen. Doch Musa bleibt trotzdem eiskalt. Und haut die Pille ins Tor rein. Direkt nach dem Anschluss vom 0 zu 2 erobert sich Türke den Ball. Ferra dann mit einem super Ball in die Schnittstelle. Gökhan Sar steht vor dem Tor. Macht das 0 zu 3 für Türke Zabach. 38. Spielminute. Und das Spiel ist schon entschieden. Da war der Drops dann auch gelutscht. Unsere Jungs machen drei Tore in vier Minuten. Grandiöse Teamleistung in dieser Phase von der Partie. Einen Angriff hatten die Gastgeber aber noch. Wieder ein Standard. Ein Kopfball und Burak Sorba. Wieder mit einer überragenden Parade. Hier hält er wieder die 0 für seine Mannschaft. Grandiose Torwartleistung. Dann ist Halbzeit. Unsere Jungs gehen mit einer 0 zu 3 Führung in die Pause. Die ersten zwei Chancen in der zweiten Halbzeit sind zwei Longshots von unseren Jungs. Hier kann der Torwart den Schuss von Florian halten. Und in dieser Szene hält er den Schuss von Ferhat. Dann hatte unsere Abwärmer einen krassen Aussetzer. Max Jügensen läuft frei auf das Tor zu. Probiert es mit einem Schuss. Der Ball ist abgefälscht und landet im Tor. Tosny de Josbach findet hier in der 53. Spielminute den Treffer. Neuer Spielstand lautet 1 zu 3. Hier wieder Ferhat und Gökhan im Zusammenspiel. Doch Ferhat versagen vor dem Tor dann die Nerven. Der Ball landet nur im Scheunentor. Aber das interessiert Ferhat Celik relativ wenig. Hier wieder im Zusammenspiel mit Gökhan Sar. Ein Heber über den Gegner. Mit dem linken haut er den Ball ins Tor rein. Ferhat Celik findet hier an diesem Spieltag seinen Treffer in der 61. Spielminute. Neuer Spielstand 1 zu 4. Ferhat macht einen super Job bei uns in der 2. Das ist, glaube ich, mittlerweile sein 700. Scorer-Punkt. Dieser Mann schießt uns in die C-Liga. Kurz darauf ist Türk wieder vor dem Tor. Musa scheitert hier aber leider am Pfosten. Und im Nachschuss haut Ferhat den Ball leider knapp am Tor vorbei. Unser Spieler Kerhem wollte auch seinen Treffer. Hier ein satter Schuss. Doch Toru Tauvat hat wieder seine Arme am Ball. Kerhem leider kein Treffer an diesem Tag. Und dieses Spiel ist ein Jubiläumsspiel. Kambert Pecker beendet seine Fußballkarriere bei Türk-Helsterbach. Hier kommt er nochmal rein. Wird direkt in Szene gesetzt von Florin. Doch Kambert versagen vor dem Tor die Nerven. Der Ball geht nur am Tor vorbei. Kambert hätte hier in seinem Jubiläumsspiel seine Treffer machen können. Auch hier in dieser Szene ist Kambert wieder in Szene. Doch auch hier scheitert er leider nur am Pfosten. Und dann ist das Spiel vorbei. Türk-Helsterbach 2 gewinnt gegen Tuznieder-Hörstbach 2 mit 1 zu 4 und holt sich die verdienten 3 Punkte. Eine überragende Saison von unserer zweiten Mannschaft dieses Jahr. Wir sind auf Tabellenplatz 2, haben die Relegation gesichert. Leider hat es nicht für den direkten Aufstieg gereicht. Dennoch glauben wir an unsere Jungs. Am 8.6. und am 11.6. stehen die zwei Relegationsspiele gegen SV Europazeit 2 an. Ich würde Sie bitten, bei beiden Spielen zahlreich aufzutauchen. Lasst uns gemeinsam unsere zweite Mannschaft unterstützen. Und zusammen den hoffentlichen Aufstieg in die Kreisliga C feiern. Diese Zusammenfassung wurde Ihnen gesponsert von Kraft-Ingenieur-Büro. Kraft-Ingenieur-Büro. Ihr Partner für Gutachten jeglicher Art.